Ganz dick anstreichen im Kalender. Das wird ein echtes Highlight. Und wir hoffen, dass auch Sascha Dimitrenko heute hier noch Glanzpunkte setzen kann. Bisher, das muss man ehrlich sagen, ist ihm das noch nicht gelungen. Okay, let's go. Also, in der fünften Runde sollten beide Boxer sich wieder auf das boxerische Handwerk besinnen. Aber typisch Rossi wieder mit der Taktik heranstürmen. Viele schnelle Hände. Und da versucht der Körpertreffer, die aber auf der Deckung glanden. Ja, das war jetzt mal ein Hochschlag. Bisher sind die sellsagen. Aber das war jetzt mal ein Hochschlag. Aber nicht nur den Motto, die wir das noch nicht tun haben. Und das ist alles sehr wichtig. Und das ist alles. Das war jetzt mal ein Hochschlagplatsch. Wartertreffer, da ist Rossi quasi in die Faust von Dimitrenko hineingelaufen. Und die, die hat schon Musik. Gar keine Frage, dass der zwei Meter Mann aus dem Köln der Schlagkraft besitzt. Aber auch Rossi ist offenbar einer, der einstecken kann. Er versucht es wieder mit Körpertreffern. Die Ecke des Amerikaners wird lauter. Immer wieder die Ermahnung geht auseinander. Hier macht er eh nichts im Infalt. Und jetzt die Ermahnung auch. Und in diesem Moment, in dem sich Thomas mit der Ringecke beschäftigt, da wird er erwischt. Derrick Rossi, das war natürlich eine verrückte Situation. Jetzt muss Dimitrenko die Aggressivität abrufen und es tut er. Rossi nutzt die Zeit. Eine verrückte Wende in dieser fünften Runde. Und jetzt wird es ganz eng für die Faust der Schaulin, der hier voll getroffen wird. Einmal, zweimal, dreimal. In der Ecke hilflos steht und im Moment verteidigungsunfähig scheint. Und Paul Thomas macht der Angelegenheit hier ein Ende. Aber es gibt hier noch ein Nachwort. Wir müssen die ganze Szenerie hier aufklären. Denn in dem Moment, als sich Paul Thomas, wir sehen hier eine glückliche Ehefrau, junge Ehefrau Ivana von Sascha Dimitrenko. Und wir haben hier eine tolle Rolle rückwärts auch erlebt. Die bekommen Sie sicherlich gleich nochmal eingespielt. Aber noch einmal. Thomas wollte mitten im Kampf die Ecke des Amerikaners disziplinieren. Da hat sich Rossi ablenken lassen und wurde voll erwischt von Sascha Dimitrenko. Und das kann man sich gegen den Mann aus der Ukraine nicht erlauben. Hier das auch Bewegungstalent. Er ist schon ein ausgebildeter Körper. Einer, dem Fritz Dunek die Beweglichkeit geradezu, ich will nicht sagen eingeprügelt hat. Jetzt schauen wir hier nochmal. Es ist eher die Summe dieser drei Treffer als der eine. Der ging übrigens wieder auf das Ohr. Dort ist schon einmal das Trommelfell geplatzt von Derek Rossi. Aber Sascha Dimitrenko macht vor allen Dingen hier alles richtig. Er zögert keinen Moment. Er setzt nach. Er zeigt, dass er es gelernt hat, aggressiv zu sein. Hier gibt es kein Babyface mehr. Hier gibt es einen, der ganz entschieden jetzt einen WM-Kampf einfordern wird. Und das tut er zu Recht. Am liebsten natürlich gegen Wladimir Klitschko. Die Verhältnisse sind ja völlig klar. Im Schwergewicht dominiert sein Landsmann aus der Ukraine. Der jüngere Klitschko, Weltmeister bei WBO und IBF. Und die anderen beiden Weltmeister heißen Schaljalf und Samuel Pieter bei der WBC. Wir haben ein Urteil. Wir kennen es natürlich schon. Aber das gehört dazu. Das offizielle Urteil. Sieger durch technischen K.O. in der fünften Runde nach 2 Minuten und 58 Sekunden. Und damit alter und neuer WBO-Interkontinental-Champion im Schwergewicht aus der Ukraine. Alexander Sascha Dimitrenko. Zum achten Mal also Interkonti-Meister. Aber das dürfte ihn inzwischen auch selbst nicht mehr interessieren. Es geht darum, sich zu empfehlen. Wie gesagt, er will der Herausforderer werden. Das wird eine schwere Geschichte. Tony Thompson ist der nächste Gegner von Wladimir Klitschko. Am 12. Juni in Hamburg steigt dieses Gefecht. Und dann wäre er eigentlich dran. Aber da gibt es noch einen, der dazwischen steht. Alexander Povetkin. Denn das ist der Herausforderer der IBF. Und auch dort dreht Wladimir Klitschko den Gürtel. Er hat ihn weiter in seiner Hand, diesen internationalen Meisterschaftsgürtel. Aber seien wir ehrlich, das ist nichts Richtiges. Und das ist auch nicht der Anspruch des 25-jährigen Ukrainers, der sich inzwischen so zu Hause fühlt. Vielleicht, wie es die Klitschkos nie getan haben in Hamburg. Wie gesagt, mit seiner jungen Frau aus Stuttgart. Inzwischen spricht Alexander Dimitrenko exzellentes Deutsch. Man merkt, dass er ein studierter Mann aus Kiew ist. Er stammt übrigens von der Halbinsel Krim, wo auch die Mutter noch lebt und wo er seine Wurzeln hat. Aber in Kiew, da studiert er. Da hat er gelebt, bevor er aus Deutschland gekommen ist. Dort will er sein Jurastudium jetzt beenden, zum Notar aufsteigen. Aber vor allen Dingen zum Weltmeister will er aufsteigen. Und mit dieser Demonstration boxerischer Stärke ist das natürlich alles möglich. Die Türen stehen offen für Alexander Dimitrenko. Harte Treffer. Immer wieder auch die Kombinationen, mit denen er versucht, zum Ziel zu kommen. Da war allerdings Rossi schon kampfunfähig. Und jetzt hat er schon einen etwas anderen Ausdruck im Gesicht. Und noch einmal die Rolle rückwärts. Allerdings jetzt geht es vorwärts. Und deswegen haben wir ihn natürlich auch gleich hier bei uns im Studio. Das war's vom Ring heute Abend. Ja, wir haben den Champion hier im Ring. Sascha Dimitrenko, herzlichen Glückwunsch. Auch Fritz Dudik, der Trainer ist da. Sascha, wie haben Sie den Kampf gesehen? Wie zufrieden sind Sie mit dem Ausgang? Ja, ich habe den Kampf vorzeitig gewonnen. Und ich freue mich natürlich sehr. Aber ich habe auch Fehler gemacht. Die ersten zwei, drei Runden konnte ich sozusagen keinen passenden Schlüssel zu meinem Gegner finden. Aber nachher ging es ja. Das war zu sehen. Wie zufrieden ist der Trainer? Wie haben Sie die Fehler gesehen von Sascha Dimitrenko? Er war doch sehr nervös und hat nicht die Distanz so gefunden, wie er schon selbst sagt. Aber wie gesagt, er kam immer besser in den Kampf. Und mit dem linken Haken, das war eigentlich unser Rezept, sollte er in klarer Treffen von Anbeginn. Man hat wieder gesehen, er schlägt nicht präzise genug. Sonst hätte er ja schon früher Schluss machen können. Und insgesamt, das Ergebnis ist natürlich toll. Und es wird Sascha auch die nötige Sicherheit geben. Er gilt ja als Ihr Musterschüler. Warum ist das so? Ja, als Schwergewichtler mit den Voraussetzungen, die man hat, da kann man noch einiges rausholen. Wir sind da lange nicht am Ende. Sascha Dimitrenko, warum hat das so lange gebraucht, bis Sie die richtige Distanz gefunden haben? Na ja, weil, es ist klar, ich habe seine Kämpfe natürlich mit meinem Trainer Fritz studiert und so. Aber trotzdem, der Gegner war unbequem und wie gesagt, ich konnte passende Distanz nicht finden. Aber nachher, wie gesagt, es ging so und ich habe ja den Kampf vorzeitig gewonnen. Gucken wir uns diese Situation mal an. In der fünften Runde, hatten Sie damit vorher gerechnet, Fritz, oder haben Sie das kommen sehen? Ja, er hat vorher schon ein paar Mal den rechten Cross gut getroffen und auch den linken Haken. Und irgendwann musste der entscheidende Treffer dann kommen. Und das hat er dann gut gemacht und vor allem entsprechend energisch nachgesetzt. Bloß, wie gesagt, da waren zu viele Schläge, die nicht präzise waren. Sonst hätte das klarer oder noch eindrucksvoller sein können.